Die Kinder ins Training bringen, die Spiele am Wochenende anschauen und das Trainingsgewand einpacken. Das alles müssen Eltern von jungen Fußballern einplanen. Und auch der Verein selbst ist auf Helfer und Funktionäre aus den Familien angewiesen. Ein Verein aus der 1. Klasse Ost ist da besonders engagiert. Der ASV Behamberg Heidershofen. Sie sind der familienfreundlichste Verein Oberösterreichs. Also wir haben einen Spielplatz, gleich wenn man reingeht, da können die Kinder immer spielen. Da haben wir eine Sandkiste, einen Kletterturm, ein Rutschen, eine Ballschusswand und das ist eigentlich immer im Betrieb. Dann haben wir einen eigenen Kinderspielraum, dann haben wir eine Spiele-Ecke und eine Mahlecke haben wir. Und was wir auch noch haben, ist eine Stielecke, weil wir ja auch Mammis dabei haben, überhaupt auch aktive Mammis, die was Kampfmannschaft spielen, Damenkampfmannschaft und aber auch Babys haben. Von den Babys bis hin zur Kampfmannschaft und den Zuschauern soll sich also jeder am Sportplatz von Behamberg Heidershofen wohlfühlen. Weil in Wahrheit die Familie auch wie eine Mannschaft funktioniert. Da hat jeder seine Aufgabe und nur gemeinsam ist man stark. Und was wir brauchen in diesem Land ist starke Familien. Bei uns ist der Nachwuchs ganz oben in der Liste, weil ohne Nachwuchs kannst du auch mal keine Kampfmannschaft stellen. Es soll sich auch der Nachwuchs wohlfühlen, auch in der Freizeit. Sie können sich auch so bei uns treffen, wie zum Beispiel die Jugendlichen. Wir haben da einen Fitnessraum, da können sie trainieren und sie verbringen dann einfach die Freizeit sinnvoll und nicht zum Beispiel vor dem Tablet oder vor dem Handy. Fußball spielen, sich bewegen oder trainieren. Dafür braucht es die Familie als starken Rückhalt. Dabei helfen sollen Projekte wie etwa Familien am Ball. In erster Linie geht es darum, dass man adäquate Rahmenbedienungen schafft, dass sie einfach Kinder und Frauen im Speziellen wohlfühlen. Es kann anfangen beim Kantinen-Angebot, geht weiter über Angebote auf der Anlage im Infrastrukturbereich und einfach über Aktionen, wo ich Familien am Fußballplatz begeistern kann. Die Familie ist ganz ein großer Punkt, weil wenn die Eltern nicht dahinter sind, dann hilft es uns als Verein auch nichts. Wir brauchen immer Eltern und wir haben auch extrem viele Eltern, die voll aktiv sind und am Mithöfen. Man ist also eine große Familie im Verein und die Zusammenarbeit funktioniert. Mittlerweile spielen 200 Kinder in den Nachwuchsmannschaften des ASV Behamberg Haidershofen.